Dann rufe ich auf Punkt 4 und Punkt 6, zweite Lesung, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, Verkehr und Wohnen, Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnraumschutzgesetz, Berichterstatterin Elke Barth mit der Nummer 20 1184, hierzu den Änderungsantrag der Sozialdemokraten 20 1267 und unter Ziffer 6, die zweite Lesung der Beschlussempfehlung des gleichen Ausschusses zum Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum, auch hier Berichterstatterin Elke Barth mit der Nummer 20 1186 und den Änderungsantrag der Fraktion der LINKEN 20 1268. Ich gebe das Wort der Kollegin Barth für die Berichterstattung und so dann für den Beitrag der Sozialdemokratischen Partei in diesem Hause. Ich beginne mit der Berichterstattung. Beschlussempfehlung der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf der SPD in zweiter Lesung abzulehnen, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen SPD, DIE LINKE, sowie Beschlussempfehlung für den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ebenso CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten gegen SPD, DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In fast allen größeren Städten in Hessen, vor allem in den sogenannten Schwarmstädten, finden Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen kaum noch eine bezahlbare Wohnung. In einst populären gewachsenen Stadtvierteln schreitet die Verdrängung voran. Kündigung nach Aufteilung und Umwandlung in Eigentum, kalte Entmietung per Baustelle und Modernisierung sind an der Tagesordnung. Es gibt spekulativen Leerstand, und durch Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnung wird Wohnraum dem Mietmarkt entzogen. Hier gilt es gegenzusteuern. Das Wohnraumzweckentfremdungsverbot soll den Kommunen wieder als Option eröffnet werden, damit sie die Möglichkeit erhalten, gegen Wohnungsleerstand z.B. mittels eines Leerstandsregisters vorzugehen. Meine Damen und Herren, ich danke für den Applaus. Der gebührt Ihnen, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. Denn diese Einleitung stammt eins zu eins aus dem Wahlprogramm Ihrer Partei, welches diese vor noch nicht einmal einem Jahr vertreten und verteilt haben. Was sagen Sie den Menschen heute, die Sie für diese Sätze gewählt haben, damit Sie ihnen helfen, in ihrer Wohnung bleiben zu können, nicht aus ihrem Quartier verdrängt zu werden, oder auch eine neue Wohnung nahe dem Arbeitsplatz zu finden? Was sagen Sie diesen Menschen? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele sich an uns gewandt haben und uns bestätigt haben, dass dieser Gesetzentwurf richtig ist. Endlich kümmert sich jemand darum, hat man uns gesagt. Erst vorletzte Woche war ich auf einer Veranstaltung im Nordend. Da berichtete mir eine Dame, die mit viel Glück und nach vier Monaten doppelter Mietzahlung, nachdem sie endlich nach einer Eigenbedarfskündigung doch etwas Neues fand, bei einer netten Vermieterin in der Rappstraße, ebenfalls Nordend, dann aber feststellen musste, dass das Haus nach nicht einmal einem Jahr an einen neuen Eigentümer verkauft wurde, und nun seien schon zwei Nachbarn ausgezogen, die Wohnungen würden nicht neu vermietet, Reparaturen nicht mehr ausgeführt. Ein mulmiges Gefühl macht sich breit. In derselben Straße sieht es schon in drei Häusern so aus. Eines der Häuser in der Rappstraße 6 habe ich Ihnen als Foto im Plenum bereits gezeigt. Das sind die Geschichten, meine Damen und Herren, derer es viele gibt, gegen die wir vorgehen wollen und gegen die Sie sich sperren, vor denen Sie die Augen verschließen, es einfach nicht mehr sehen wollen. Im Immobiliensektor herrscht nach wie vor Goldgräberstimmung, auch wenn es jetzt eine bessere, immerhin eine rechtssichere Mietpreisbremse in Hessen gibt. Die heute veröffentlichten Zahlen des Frankfurter Gutachterausschusses zeigen es deutlich. Zwischen 4 und 13 % sind die Immobilienpreise im Vorjahresvergleich gestiegen, im Vergleich zu 2017 sogar um 30 %. Das lädt doch dazu ein, sein Geld in Immobilien anzulegen. Woanders bekommen Sie solche Renditen? In der Anhörung waren CDU und GRÜNE merkwürdig schweigsam. Sie haben wenige Fragen gestellt. Die wohnungspolitische Sprecherin der GRÜNEN, Frau Förster-Heldmann, war erst gar nicht da. Aber auch Ihre Vertreterin hat sich nur zweimal zu Wort gemeldet. Aber ich sehe ja auch Frau Förster-Heldmann. Sie haben ja inzwischen eine andere Zielgruppe als Mieter. Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis. Ich habe vorhin einen interessanten Artikel von Ihnen in der Zeitschrift Privates Eigentum, Zeitschrift für Hausgrund- und Wohnungseigentümer in Rhein-Main-Gebiet gelesen. Beim Verbandstag der Wohnungswirtschaft, übrigens am 12. September in Kassel, habe ich sie vermisst. Die Stellungnahmen der Anhörung, die wir hatten, befürworteten eindeutig und mehrheitlich ein Zweckentfremdungsverbot. Vor allem waren es auch die Kommunen, die Stadt Frankfurt, die Stadt Wiesbaden, Vertreter aus den Frankfurter Ortsbeiräten. Alle wollten das Gesetz, und sie hatten gute Argumente. Die Stadt Frankfurt wies darauf hin, dass sie schon seit vielen Jahren die Notwendigkeit sieht, eine landesrechtliche Regelung über ein Verbot der Wohnraumzweckentfremdung in Hessen wiederzuschaffen. Fast 9.000 Wohnungen konnten von 1985 bis 2003, als das Gesetz außer Kraft gesetzt wurde, oder aus zweckfremden Nutzungen zurückgewonnen oder erhalten werden. Aus Wiesbaden, ich zitiere, sieht zunehmende Risiken spekulativer Leerstände mit Folgen der Luxusmodernisierung mit entsprechenden Wohnungszuschnitten bzw. Umwandlung in Eigentum oder auch gewerbliche Nutzung. Und andere. München, auch hier waren städtische Vertreter geladen, zieht alle Register und will jetzt sein Zweckentfremdungsgesetz noch schärfer stellen. Und sie haben auch einen erfolgreichen Leerstandsmelder im Internet. Man darf keinen offiziellen Leerstandsmelder erstellen, ohne ein Gesetz gegen Wohnraumzweckentfremdung. Das wissen Sie. Sie haben es ja auch in Ihrem Wahlprogramm, die Damen und Herren von den GRÜNEN. Der höchste Mieterbund hat nun einen inoffiziellen für Frankfurt erstellt. 50 Mehrfamilienhäuser mit etwa 400 Wohnungen hat er schon ausfindig gemacht, und das in nur wenigen Monaten. Sehen Sie denn nicht die Not? Wenn Sie es eventuell nicht getan haben, wir haben bei der Anhörung aufmerksam zugehört und uns nun der Meinung einiger Anzuhörender wie dem Mieterschutzbund oder auch dem Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossen, das Gesetz nicht, wie ursprünglich von uns vorgesehen, zu befristen. Das wird sicherlich auch nach fünf Jahren noch seinen Sinn haben. Wir wollen aber nach fünf Jahren eine Evaluierung durchführen. Das finden Sie in dem Änderungsantrag, der heute verteilt wurde. Ich weiß, Sie wollen bauen, bauen, bauen. Erst am Donnerstag kam ein Presse. Das heißt es doch immer. Erst am Donnerstag kam ein Pressestatement des VdW Südwest, der alarmiert ist, weil gerade bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als drei Wohnungen ausgerechnet in Hessen die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2018 dramatisch zurückgegangen ist. Nur 6.000 Wohnungen wurden in diesem Zeitraum in Hessen genehmigt, ein Rückgang von fast 20 %. So funktioniert Ihr Bauen, Bauen, Bauen. In der Zwischenzeit müssen Sie doch kämpfen, damit der Bestand an bezahlbaren Wohnungen nicht weiter schrumpft. Ich zitiere den Mieterbund in der Anhörung. Jede Wohnung, die nicht vom Markt verschwindet, muss auch nicht durch teureren Neubau ersetzt werden. Neubau ist auch oft nicht gewollt. Ich will einmal darauf hinweisen, dass alle Fraktionen hier im Haus, bis auf die SPD, an der Menschenkette vorletztes Wochenende teilgenommen haben, die eine Bebauung zwischen Frankfurt und Oberursel komplett verhindern will, also nicht einmal eine Bebauung auf der Frankfurter Seite der Autobahn, was die SPD für möglich hält. Alle Fraktionen, auch Herr Banzer, hat sich hierfür ausgesprochen, was, wie nachzulesen ist, Irritationen in Ihrer Partei auslöste. Wo wollen Sie denn Bauen, 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 Sie, Herr Banzer, zum Beispiel? Wenn es konkret wird, dann kneifen Sie doch. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben unsere Pressemeldung dazu sicherlich gelesen. Herr Staatsminister Al-Wazir, glauben Sie wirklich, dass Ihre werbemäßig professionell aufbereiteten Ideen der schillernde Frankfurter Bogen, obwohl im gesamten Ballungsraum schon längst genauso intensiv wie in Frankfurt das Thema Wohnungsbau bearbeitet wird, oder Ihre neueste Idee, die Überbauung von Supermärkten, was in allen mittleren und großen Städten längst Gang und Gäbe ist, der Stein der Weißen ist? Das sind doch nur Show-Einlagen, um von der Untätigkeit Ihrer Regierung abzulenken oder davon, dass Sie sich bei der Umsetzung sinnvoller Maßnahmen wie heute dem Zweckentfremdungsverbot beim Koalitionspartner nicht durchsetzen können. Ich appelliere wärmstens an Sie. Der Erhalt von Bestandswohnungen muss neben dem Neubau Teil der hessischen Wohnungspolitik werden, sonst werden wir die Situation auf absehbare Zeit nicht in den Griff bekommen. Deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Das war auch fast eine Punktlandung. Ich darf jetzt dem Kollegen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten das Wort geben. Danach kommt der andere Antragsteller, die Fraktion der LINKEN, Herr Schalauske. Herr Lenders. Vielen Dank, Herr Präsident, auch dafür, dass ich jetzt gleich sprechen darf. Meine Damen und Herren, man hat sicherlich naturgemäß immer etwas unterschiedliche Auffassungen, was so eine Anhörung gebracht hat. Ich kann nur sagen, dass die Anhörung, vor allen Dingen auch die Stellungnahme vom IWU, was weit davon weg ist, eine liberale Vorfeldorganisation zu sein, doch dann auch einmal eine sachliche Auseinandersetzung damit gebracht hat, was denn eigentlich Zweckentfremdung tatsächlich darstellt. Frau Kollegin Barth, Sie haben jetzt hier eindrücklich geschildert, Fälle, die Sie von Menschen skizziert haben, die werden aus ihrem Wohnumfeld herausgedrängt. Frau Barth, das, was Ihnen ganz klar das IWU mitgegeben hat und zu ihrem Gesetzentwurf auch gesagt hat, vieles das, was Sie durchaus richtigerweise kritikwürdig ansprechen, ist aber längst mit dem geltenden Baurecht abgegolten, ist längst über das geltende Baurecht aufgegriffen. Es ist eher ein Problem des Vollzugs, als dass die gesetzliche Grundlage nicht fehlen würde. Folgedessen ist eben das, was Sie hier mit Ihrem Zweckentfremdungsgesetz erreichen wollen, ins Leere. Wenn Sie dem Sachverstand einfach nicht glauben wollen, weil Sie die Fälle schildern, dann müssen Sie sagen, dass der Bereich, der anerkanntermaßen in vielen Städten zu einer sogenannten Zweckentfremdung führt. Das sind die Ferienwohnungen. Dazu muss man aber sagen, dass die Koalition von CDU und die GRÜNEN schon längst ein Zweckentfremdungsverbot auf den Weg gebracht hat. Aber Ihre beiden Gesetzentwürfe, weder der von der SPD noch von den GRÜNEN, umfassen die Frage der Ferienwohnungen. Wenn Sie das wirklich wollten, Herr Schalauske, hätten Sie das zumindest da mit reinschreiben müssen, dann hätten wir uns vielleicht etwas mehr mit dem Gesetz auseinandersetzen können. Es ist also eher ein Problem des Vollzugs, und deswegen ändert ein neues Gesetz daran auch überhaupt nichts. Der andere große Fall von Zweckentfremdung neben dem Bereich der Ferienwohnungen liegt dann vor, wenn gewerblich, bis dato private, Wohnungen zu gewerblichen Nutzungen umgewandelt werden sollen. Wir wissen, das war in den 70er- und 80er-Jahren in Frankfurt ein Problem im größeren Umfeld. Das IWU verweist auf die eigene Studie von 2009, wo Sie sagen, dass es überhaupt nicht belegbar ist, dass es irgendwo zu Verlusten kommt an Wohnraum, der daraus resultiert, weil jetzt Gewerbe dort einzieht. Das IWU räumt ein, dass sich mit zunehmender Knappheit an Wohnraum auch hier wieder eine, dass man sehen kann, dass sich die Lage wieder verschärft. Vor allen Dingen sind es aber die Immobilien, die Gründervilla, wo unten im Parterre dann die Arztpraxis reinkommt, wo früher mal eine Wohnung war. Meine Damen und Herren, Sie mögen die Zahlen aus München jetzt hier zitieren. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, was das Zweckentfremdungsverbot für München tatsächlich an Wohnraum geschaffen hat, in der Masse, die an Wohnraum fehlt, dann ist das weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ein Tropfen, der ist schon verdunstet. Der ist heute noch gar nicht angekommen. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und vereinzelt SPD Das, was Sie versuchen, an Möglichkeiten zu skizzieren, ich bin wirklich ein Kritiker bei der Landesregierung, wenn es um den Wohnungsbau geht. Aber jegliche Initiative, je Staatsminister Al-Wazir das Bebauern von Supermärkten anbelangt, alles dann immer in Bauschenbogen da niederzureden, aber sagen, mein Zweckentfremdungsgesetz bringt jetzt die Lösung, dann stellen Sie wirklich die Dinge von Füßen auf den Kopf bzw. andersherum. Das wird es nicht bringen. Meine Damen und Herren, so werden Sie sicherlich das Problem nicht lösen können. Ein dritter Punkt ist der spekulative Leerstand, also die bösen Spekulanten, die Immobilien extra deswegen leer stehen lassen. Das ergreift dann auch das Zweckentfremdungsgesetz. Meine Damen und Herren, es gab einen Spruch in der Anhörung, den ich schon sehr bemerkenswert fand. Der dritte große Bereich bei der Zweckentfremdung, den Sie aufgreifen wollen. Herr Schalauske, ich hatte den Eindruck, dass selbst bei Ihnen ein bisschen das Nachdenken eingetreten ist, wo es da heißt, es wird im Rhein-Main-Gebiet jede Besenkammer zu Höchstpreisen vermieten. Die Frage, ob es irgendwo spekulativen Leerstand gibt, ist rein hypothetisch. Meine Damen und Herren, damit werden Sie mit Sicherheit auch das Problem beim Wohnungsbau nicht lösen können. Aber es gibt zwei Fragen, die Sie mit Ihren beiden Gesetzentwürfen hier aufgreifen. Das ist die Frage der Grundsätzlichkeit und der Wirkung, die Sie damit erzielen. Frau Faeser, ich frage mich schon bei der Außenwirkung, bei der Wirkung. Frau Faeser, die Sozialdemokraten, stellen Sie sich einmal vor, der Industriearbeiter, der bei Höchst immer gearbeitet hat, kein schlechtes Geld verdient hat, der dann irgendwo ein Häuschen von seinen Eltern geerbt hat. Es sind viele Wohnungen drin, es sind fünf Wohnungen drin. Dem erzählen Sie jetzt, weil er jetzt in der unteren Wohnung seiner Tochter die Arztpraxis einrichten will, sagen Sie, das geht aber jetzt nicht, das ist zweckentfremdungsvoll, das können wir nicht machen, damit kriegen wir Probleme am Wohnungsmarkt. Genau das Bild stellen Sie. Vielen privaten Eigentümern senden Sie komplett das falsche Signal, wobei wir uns doch immer in diesem Hause einig waren, dass das der Gros der Vermieter ist, die am Ende nur froh sind, wenn sie einen vernünftigen Mieter haben, der möglichst lange drin bleibt, pünktlich seine Miete zahlt und ansonsten Ruhe herrscht. Wen meinen Sie denn, Frau Faeser, den Leerstand? Dann nehmen wir einmal den Leerstand. Wie viel spekulativen Leerstand meinen Sie? Dann meinen Sie doch wohl nicht die Wohnungsbaugenossenschaften, die dafür Sorge tragen, dass wir ein Regulativ im Wohnungsmarkt haben, die sehr bewusst, weil sie auf Margen verzichten, einen großen Anteil daran haben, dass wir einen einigermaßen stabilen Wohnmarkt haben. Frau Faeser, die meinen Sie auch nicht. Verstanden. Wen meinen Sie denn dann? Sie meinen die großen Kapitalgesellschaften, die aus Gewinnsucht die Preise nach oben tragen. Frau Faeser, bei diesen Unternehmen kann man sich lange darüber unterhalten, welches Geschäftsmodell sie verfolgen, ob der richtige Gewinnansatz bei diesen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, der richtige Ansatz ist. Meine Damen und Herren, deren Geschäftsmodell ist aber ein komplett anderes, als irgendwo Leerstand zu produzieren in einem Wohnungsmarkt, wo sie tolle Renditen damit erreichen, dass sie die Wohnung vermieten und eben nicht leer stehen lassen. Das sollten Sie als Sozialdemokraten auch irgendwann einmal verstehen. Liebe Sozialdemokraten, dann kommen wir zum Grundsatz. Ich habe es dem Herrn Schalauske schon einmal gestellt. Glauben Sie, liebe Sozialdemokraten, dass es ein Recht auf Eigentum an seiner Immobilie gibt, wo Wohnungen drin sind, und dass es ein Recht gibt, nicht zu vermieten? Da kommen Sie zur Gretchenfrage, was das Eigentumsrecht anbelangt. Deswegen werden Sie uns bei unseren Freien Demokraten niemals bei so einer Frage Zweckentfremdung finden. Wenn Sie uns niemals an der Seite haben. Es muss ein Recht geben, über das Eigentum frei verfügen zu können und zur Not auch Wohnungen leer stehen lassen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Lenders. Als Nächster hat sich der Abg. Schalauske von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es geht doch bei unserem eingebrachten Gesetzentwurf zum Verbot von Leerstand und Zweckentfremdung eigentlich um etwas Selbstverständliches, nämlich darum, den Kommunen ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie sicherstellen können, dass Wohnraum auch dafür genutzt wird, wofür er errichtet wurde, nämlich zu Wohnzwecken. Das ist etwas Selbstverständliches. In Zeiten eines extremen Mangels an bezahlbarem Wohnraum, der auch von kaum jemandem hier in der Debatte noch bestritten wird, müsste es doch eigentlich allen ein Anliegen sein, die Wohnraumversorgung der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten und dafür alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Doch einige tun sich damit schwer, und das, obwohl wir tagtäglich Zeuge von dramatischen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt sind. Die Wohnungsfrage führt zu einer immensen sozialen Spaltung. Während in unseren Ballungsräumen die einen Schwierigkeiten haben, überhaupt noch eine bezahlbare Wohnung zu finden, spekulieren andere auch mit leer stehenden Gebäuden oder Wohnungen. Das ist ein unerträglicher Zustand, wie ich finde. Die Ursache dieser Entwicklung sind ungebremstes Abschmelzen des Bestandes an Sozialwohnungen, massive Spekulationen in Betongold, immer auch auf der Jagd nach der erhöhten Rendite, und ein massiver Anstieg der Mietpreise, insbesondere in den urbanen Zentren. Es rächt sich jetzt einfach, dass sich die Politik in den letzten Jahren aus der Verantwortung zur Wohnraumversorgung zurückgezogen hat und die Wohnraumversorgung dem Markt überlassen hat. Die Versorgung mit Wohnraum ist einfach zu wichtig, um sie allein dem Markt zu überlassen. Die prekären Mietverhältnisse wurden durch diese Entwicklung ebenso befördert wie Verdrängung und Segregation. Menschen werden aus ihren Wohnungen gedrängt, weil andere versuchen, mit diesen Wohnungen höchstmögliche Profite zu erwirtschaften. Gleichzeitig stehen eben auch Wohnungen leer. Sie stehen leer aus Spekulationsgründen oder eben auch aus anderen Gründen. Der Minister hat jüngst betont, in dieser Situation des Wohnraummangels zählt jede einzelne Wohnung. Meine Damen und Herren, dann müssen wir auch um jede einzelne Wohnung im Bestand kämpfen. Deswegen ist es eine fatale Fehlentscheidung der Mehrheit von Schwarz-Grün und auch der Landesregierung, ein Verbot von Leerstand und Zweckentfremdung abzulehnen, obwohl es ausdrücklich von Mieterverbänden und den am stärksten vom Mietenwahnsinn betroffenen Städten Frankfurt und Wiesbaden gefordert wird. Das ist eine Fehlentscheidung. Das Mantra Bauen, 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 der Fokus ausschließlich auf Neubau, so ein bisschen wie es auch beim Kollegen Lenders herauskam, der wird alleine nicht ausreichen. Wir brauchen eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir brauchen eine breite Palette. Der Kampf gegen Leerstand und Zweckentfremdung ist eben eine davon. Wenn wir jetzt noch einmal einen Blick auf die Anhörung im Mitte August werfen, dann muss man schon sagen, dass viele Akteure aus der Wohnungswirtschaft, aus den Kommunen und den Mieterverbänden geladen waren, dass eine Menge Stellungnahmen im Vorfeld eingegangen sind und dass aber die meisten der Stellungnahmen doch deutlich gemacht haben, wie notwendig ein solcher Gesetzentwurf zum Verbot von Zweckentfremdung ist. Mieterverbände, Mieterinitiativen, die Ortsbeiräte aus Frankfurt, parteiübergreifend über alle Parteibücher hinweg, die Städte Frankfurt und Wiesbaden, alle haben ein solches Gesetz mit Nachdruck gefordert. Auch das Bündnis Mietenwahnsinn Hessen, ein landesweiter Zusammenschluss von 40 Institutionen, Verbänden und Gewerkschaften, hatte sich zuvor für ein solches Gesetz ausgesprochen. Deswegen wurde oft gefordert, hören Sie doch endlich auf die Experten in der Frage der Wohnraumversorgung. Ich kann nur sagen, hören Sie auf diese Experten des Wohnraummangels und erhalten Sie die Wohnungen im Bestand. Schützen Sie die Mieter und sorgen Sie für ein Verbot von Leerstand und Zweckentfremdung. Lediglich die Vertreter der Immobilienwirtschaft haben das Gesetz abgelehnt. Klar, deren einflussreiche Position allerdings wird durch die Blockadehaltung von Schwarz-Grün gegenüber dem Gesetz weiter gestärkt. Letztlich stützen Sie damit am Ende auch die Profitorienteile der Immobilienwirtschaft, die ihre Renditeaussichten gefährdet sehen. Schwarz-Grün und auch gerade die GRÜNEN stoßen lieber Mieterverbänden und den vom Mietenwahnsinn betroffenen Kommunen vor den Kopf, als einmal der Immobilienwirtschaft klare Kante zu zeigen, zumindest für die GRÜNEN ein Armutszeugnis. Wir müssen uns vergegenwärtigen. Das Gesetz ist eine verbesserte Steuerungsmöglichkeit der Kommunen. So hat es auch der schon zitierte Vertreter des IWU betont. Auch wenn er die Relevanz des Gesetzes anders beurteilt hat, hat er aber trotzdem gesagt, es sei eine verbesserte Steuerungsmöglichkeit. Trotz manchem Zweifel aus den Reihen des IWU wurde trotzdem dafür plädiert, den Wunsch der Kommunen ernst zu nehmen, die in diesem Instrument einen wichtigen Beitrag zum Städtebau und zum Vollzug sehen. Die bestehenden Regelungen gehen nämlich nicht weit genug. Das wurde in der Anhörung deutlich. Wiesbaden betonte, dass die Kommunen über ein solches Gesetz die Möglichkeit hätten, gewerbliche Umnutzung oder spekulativen Leerstand zu verhindern. Das können sie im Moment nicht tun. Sie würden sich ein solches Gesetz wünschen. Genau so eine Stellungnahme kam auch aus der Stadt Frankfurt, die in den 90er-Jahren schon bereits gute Erfahrungen mit dem Gesetzentwurf gemacht hat. Die gesetzliche Wiedereinführung dieser Handlungsoption würde also die Spielräume kommunalen Handelns langfristig verbessern, auch gegen Spekulationen und leerstehenden Leerstand vorzugehen. Die Kommunen wollen diese Regelung, nur Schwarz-Grün im Hessischen Landtag verhindert sie. Die Anhörung hat auch in einem anderen Bereich noch einmal Klarheit geschafft. Sie hat nämlich gezeigt, was man unter Leerstand eigentlich versteht und welche Formen des Leerstands in gängigen Statistiken auftauchen und welche nicht. Ich möchte das gerne noch einmal wiederholen, da der Wohnungsbauminister, Herr Al-Wazir, gerne Zahlen anführt und sagt, deswegen sei der Leerstand quantitativ nicht relevant. Die gängigen Leerstandsstatistiken, die z. B. einen Leerstand in Frankfurt von 1 bis 2 % ausweisen, erfassen lediglich den marktaktiven Anteil des Leerstands, also der, der binnen drei Monaten wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden kann. Sockelleerstand, struktureller Leerstand, Leerstand von Schrottimmobilien, all das taucht in dieser Statistik nicht auch. Allein, um den Leerstand zu erfassen, brauchen wir dringend ein solches Gesetz. Ich will in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass es eine umfangreiche Berichterstattung aus den Frankfurter Ortsbeiräten gab, die wegen der Untätigkeit des grünen Wohnungsbauministers selbst angefangen haben, den Leerstand zu erheben, auch parteiübergreifend. Eigentlich haben die Frankfurter GRÜNEN und auch das grüne Wahlprogramm das ohnehin viel besser verstanden. Sie wissen, dass der Leerstand ein Problem ist, besser als der grüne Minister und die Landtagsfraktion, die sogar die Stimmen aus den eigenen Reihen ignorieren. Ein Beispiel war der Bericht aus dem Ortsbeirat Frankfurt-Höchst. Der Ortsbeirat trägt seit Kurzem mit Unterstützung aus der Bevölkerung Informationen über Leerstände zusammen. Sie sprechen allein in höchst von 70 Häusern und 500 Wohnungen. Aber auch die Wohnungsämter und andere Ortsbeiräte erreichen kontinuierlich Hinweise aus der Bevölkerung auf monatelang leer stehende Gebäude. Auch Plattformen wie der Frankfurter Leerstandsmelder zeigen, Leerstand ist keine Ausnahme und kein Randphänomen. Da frage ich Sie doch, was eigentlich noch passieren muss, was Ihnen noch alles berichtet werden muss, damit Sie Leerstand endlich als strukturelles Problem auf dem Wohnungsmarkt sehen und den Kommunen die Mittel geben, die sie brauchen, um dagegen vorgehen zu können. Eines jedenfalls ist klar, langfristiger Leerstand schadet dem kommunalen Gemeinwohl, schadet der Lebensqualität. Es befördert auch eine künstliche Verknappung der Flächen und schafft das Problem, dass kostenintensive und ökologisch fragwürdige Erschließungen neuer Baugebiete eben nicht effektiv begegnet werden kann. Deswegen wäre ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung auch ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung. Wir haben in unserem Gesetzentwurf die Möglichkeit der Treuhänderregelung vorgesehen. Die Stadt Frankfurt hat gesagt, wenn wir gegen Leerstand und Zweckentfremdung vorgehen wollen, dann brauchen wir im Zweifel auch die Möglichkeit der Beschlagnahmung. Wir sagen, das kann auch ein Treuhändermodell sein. Da braucht hier wieder keine Angst haben. Es geht nicht um Enteignung, sondern es geht um eine befristete Inbesitznahme, um dann zweckentfremdeten Wohnraum auch wieder Wohnzwecken zuführen zu können. Das Beispiel München, da kann man sich umfangreich die Zahlen anschauen, hat gezeigt, dass ein solches Gesetz nicht verfassungswidrig ist. Das behauptet jetzt auch keiner mehr, sondern dass man seit 40 Jahren erfolgreich gegen Zweckentfremdung vorgehen kann. Das ist auch ein schönes Beispiel. Selbst wenn es in den letzten zehn Jahren nur über 2.000 Wohnungen gewesen sind, dann sollte sich die FDP einmal fragen, was das alleine beim Neubau gekostet hätte. Ich komme zum Schluss. Ich wollte gerade sagen, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Wir fanden die Anhörung hilfreich. Schwarz-Grün ignoriert leider die Erkenntnisse, die die Mieterinnen und Mieter, die Kommunen, die ein solches Gesetz haben wollen, in die Anhörung hineingetragen haben. Wir fanden die Anhörung hilfreich. Wir verschärfen mit unserem Änderungsantrag noch einmal die Regelung zur Schaffung von Ersatzwohnraum, um es Investoren nicht allzu leicht zu machen. Wir beantragen eine dritte Lesung, weil wir glauben, dass es auch wichtig ist, dass wir noch einmal über diese wichtige Maßnahme im Kampf für die Sicherung der Rechte der Mieterinnen und Mieter und für den Bestandsschutz der Wohnungen weiter diskutieren. Der Wohnungsbauminister hat recht. Jede Wohnung zählt. Deswegen brauchen wir diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Schalauske. – Bei der dritten Lesung wird es ein bisschen kürzer. – Als Nächster hat der Abg. Kasseckert von der CDU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik entsteht in der unterschiedlichen Wahrnehmung von Wahrheit. Deshalb überrascht es vielleicht nicht, dass wir die Anhörung, die sehr interessant war, dass wir diese Anhörung im Ergebnis anders bewerten, differenzierter bewerten, als das Frau Barth oder auch Herr Schalauske aus ihrem Blickwinkel vielleicht auch verständlicherweise vorgetragen haben. Aber um nur zwei zu nennen, die eigentlich das Thema aus unserer Sicht noch einmal bestätigt haben. Das IWU-Institut wurde hier schon mehrfach genannt. Wir haben also den nennenswerten Anteil von Leerstand auf etwa 2 % geschätzt, um dann ein Zweckentfremdungsverbot tatsächlich rechtfertigen zu können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch deutlich gemacht, dass der Anteil in Frankfurt – darum geht es ja im vordringlichen Bereich – deutlich unter 2 % ist. Insofern ist das Mittel der Zweckentfremdung kein Mittel oder kein Mechanismus ist, der die Wohnungsnot oder den Mietenwahnsinn, wie Sie ihn nennen, aber die steigenden Mieten in irgendeiner Weise nennenswert reduzieren kann? 2 % ist es 2 %. – Unter 2 %. – Ich komme aber gleich noch darauf, weil wir muss es ja… – Herr Schaus, kommen wir sofort darauf, denn wir müssen es am Ende abwägen, wissen, ob die Aktivierung dieser unter 2 % im Gegensatz aber möglicherweise Investitionen für deutlich mehr Wohnungen – und darum geht es, dass wir in dem Blumenstrauß der unterschiedlichen Instrumente, die wir zur Anwendung bringen – wir haben schon mehrfach darüber diskutiert –, dass wir in diesem Blumenstrauß sehr wohl abwägen müssen, was dient und was nutzt dem Wohnungsbau in unserer Region, in Hessen, insbesondere im Ballungsraum? Was ist auf der anderen Seite eher investitionsfeindlich? Was hält Menschen davon ab, ihr Geld einzusetzen, Wohnungen zu schaffen, Wohnungen zu vermieten und damit natürlich auch Geld zu verdienen? Herr Schalauske, ich will das an einem Begriff deutlich machen. Sie haben das eben so schön beiläufig gesagt. Wir reden von Beschlagnahme, wir reden nicht von Enteignung. Für jeden normal denkenden Mitteleuropäer würde das Wort Beschlagnahme aber zumindest auf mich abschreckend wirken, wenn es darum geht, trotz Beschlagnahme mein Geld in guter Absicht zu investieren, um etwas an neuem Wohnraum zu schaffen. Von daher ist es völlig indiskutabel, dass wir Mechanismen über Werkzeuge, wie Sie sie hier als Zweckentfremdungsverbot vorgeschlagen haben, tatsächlich nachdenken. Wir haben in der Vergangenheit gleichwohl – ja, das war üblich in Hessen – es gab es schon, und es ist aus gutem Grund abgeschafft worden. Es ist aus gutem Grund abgeschafft worden, und zwar deshalb, weil man festgestellt hat, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, z. B. umgewandelten Gewerberaum, dann mit dem Zollstock auszumessen, ob er tatsächlich dem entspricht, was angegeben wurde, weil dort die Maßnahmen der Behörden, also das, was an Kontrollen stattgefunden hat, deutlich überbordet haben. Deshalb hat man Anfang 2004 das Zweckentfremdungsverbot aus dem Gesetz herausgenommen und, wie wir meinen, nach wie vor als richtige Maßnahme. Wir haben damals auch eine völlig andere Situation gehabt. Da war es noch interessant, tatsächlich Gewerberaum zu vermieten, Wohnraum zu Gewerberaum zu machen. Die Situation ist heute ganz anders. Sie erzielen heute auf dem Wohnungsmarkt deutlich mehr, als das, was Sie auf dem Gewerbemarkt erzielen. Deshalb wäre jeder mit dem Klammersack gepudert, zu sagen, ich will Wohnraum umwandeln in Gewerberaum und damit in Kauf nehmen, dass ich deutlich weniger Rendite habe, als es im Wohnungsbereich wäre. Von daher ist die Situation heute eine völlig andere. Was wir aber trotzdem nicht aus dem Auge verlieren dürfen, ist, dass wir feststellen, dass der Mietpreis deutlich nach oben gegangen ist, dass wir Wohnungsnot auf der einen Seite haben, dass wir Mietpreissteigerungen haben, die auch wir nicht gut finden. Deshalb haben wir Maßnahmen wie die Mietpreisbremse, die Kaffungsgrenzenverordnung, die Kündigungssperrfrist, all diese regulatorischen Maßnahmen. Sie wissen, dass wir kritisch auf regulatorische Maßnahmen reagieren. Aber das sind Maßnahmen, bei denen wir sagen, das ist verstärklich, das ist verständlich, das führt dazu, dass wir steigende Mieten begrenzen können und dass wir Wohnen auch im Ballungsraum bezahlbar machen. Wichtiger sind für uns aber marktstimulierende Instrumente mit dem Ziel, dass wir schneller bauen, dass wir einfacher bauen, dass wir kostengünstiger bauen. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, Baulandentwicklung voranzutreiben. Wir wollen die Vorschriften. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode an der HBO gearbeitet. Wir werden es auch jetzt wieder tun. Wir wollen versuchen, dort an den Vorschriften besser zu werden. Beispielsweise Ausbau Dachgeschoss. Grundstücksgrenzbebauung haben wir deutlich vereinfacht, haben wir deutlich verbessert, um dort mehr Tempo reinzubekommen. Die Baulandoffensive ist eine der Maßnahmen, die in der vergangenen Legislaturperiode begonnen hat. Es geht jetzt dazu über, nach den Machbarkeitsstudien die Umsetzung einzelner Projekte auf die Schiene zu setzen. Die Wohnbauförderung. Wir haben im Haushalt rund 2,2 Milliarden € bis zum Ende der Legislaturperiode zur Verfügung für die Förderung des Eigentums. Auf der einen Seite über Darlehen und Bürgschaften, aber auch auf der anderen Seite über die Förderung sozialen Wohnungsbaus, bezahlbaren Wohnungsraums, über Belegungsrechte, über den Ankauf von Belegungsrechten, über Förderprogramme, die wir zur Verfügung stellen, mit deutlich verbesserten Konditionen. Von daher gehen wir fest davon aus, dass dieses zur Verfügung gestellte Geld auch dann über die Zeit seine Wirkung erzielen wird. Uns geht es vor allem darum, dass wir diejenigen, die am Markt tätig sind, und das sind auf der einen Seite Investoren, das sind auf der anderen Seite aber auch die Kommunen, in einen konstruktiven Dialog bringen. Das führt die Landesregierung, die Zusammenarbeit und die Unterstützung von Land und Kommunen ist deutlich besser geworden. Der Minister hat unter dem Stichwort Frankfurter Bogen einen Prozess angestoßen, der jetzt mit den ersten Gesprächen der Kommunen stattfindet, um auszuloten, wo hängt es, wo können wir Verbesserungen schaffen, wo können wir Erleichterungen schaffen, um möglichst schnell Bauland zur Verfügung zu stellen, um neue Wohnungen errichten zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir sehen keinen Bedarf für eine regulatorische Maßnahme des Zweckentfremdungsverbotes, weil sie gegenüber dem Nutzen zu hohe negative Nachteile hat. Sie wirkt abschreckend, sie bringt keinen neuen Wohnraum, und von daher wird sie von unserer Seite abgelehnt. Das betrifft den Gesetzentwurf inklusive seiner Änderungen. Davon wird sicherlich auch eine dritte Beratung hier in diesem Gremium nichts ändern. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus